Welche Auswirkungen hat erhöhtes Gewicht? Ganz oft wird ja gesagt, also jetzt bei mir, auch jetzt gut auf den Bildern mag man sehen wie man will, aber mir wurde ganz oft gesagt, du bist ja trotzdem eine attraktive Frau. Ist sicherlich auch so und das ist überhaupt nicht das, wo ich irgendwas zu sagen will. Es geht überhaupt nicht um Body Shaming oder irgendwas, jeder darf so aussehen wie er möchte und wenn er sich damit wirklich gesund und wohl fühlt, finde ich, ist das auch völlig egal. Was ich aber wichtig finde, ist sich bewusst zu machen, dass es einen Einfluss hat auf alles, auf unser gesamtes hormonelles System, auf Entzündung und so weiter und dass es für viele, nicht für alle, für viele einen Unterschied macht, ob man jemals in ein Wohlbefinden kommen kann, je nachdem wie der Körper sich zusammensetzt, weil das ist einfach so, wir sind dafür gemacht, eine muskelreiche, schlanke Körperkomposition zu haben und uns viel zu bewegen. Das ist das, wofür der Mensch konstruiert wurde. Und wenn das nicht so ist, dann führt das zu Veränderungen im Gesamtsystem, dann führt das dazu, dass die der Informationsfluss im Körper nicht so funktioniert, wie er eigentlich sein sollte und dass einfach alles anders ist und nicht optimal ist. Fettgewebe ist ein hormonell aktives Organ. Fettgewebe produziert über 80 Hormone mit zum Teil sehr ungünstigem Einfluss auf den gesamten Körper. Im Fettgewebe werden Aromatasen produziert, das sind so, die Spleißen von Hormonen was ab, verändern die, im Wesentlichen also bekannt ist zum Beispiel, dass Testosteron durch die Aromatasen im Fettgewebe in Östrogen umgewandelt werden. Das führt dazu, führt bei Männern oft zum Libidoverlust, zu verminderter Leistungsfähigkeit, zu oft auch einer gewissen Weinerlichkeit und einer Veränderung in der Persönlichkeit. Das ist was, was zum Beispiel Bodybuilder ganz stark kennen, vor allen Dingen aus früheren Zeiten, aus den Balkphasen, also wenn die so massiv an Gewicht zunehmen, um dann da drauf Muskelmasse aufzubauen, was jetzt mal als kleiner Ausflug nicht so besonders gut funktioniert und eigentlich auch nicht so eine wahnsinnig gute Idee ist, aber von denen wissen wir, die verändern sich auch in der Persönlichkeit. Also das ist was, was die ganz oft beschreiben, dass sie dadurch depressiv werden, ganz stark an sexuellem Verlangen verlieren, sich insgesamt einfach anders und schlechter fühlen. Bei Frauen Östrogendominanzen und dann wieder Östrogendominanzen haben wieder einen ganz starken Einfluss, dass die gesamtentzündliche Lage im Körper sich verändert, dass ganz viel switcht in der Richtung, wo der Körper zur Entzündung neigt und wenn wir eben über Autoimmunerkrankungen sprechen, dann heißt das, der Prozess wird immer wieder angetriggert und die Erkrankung tendenziell schlimmer. Dadurch, dass man schwerer ist, fällt Bewegung schwerer, man bewegt sich noch weniger. Gleichzeitig führt die chronische Inflammation, also die chronische Entzündung bei vielen zu Muskelschmerzen und zu einem Gefühl der Schwäche in der Muskulatur und es ist insgesamt einfach auch weniger Energie da und es wird sich dann dadurch noch weniger bewegt, wodurch man dann so einen schwanzbeißenden Katze hat. Der hohe Cortisolspiegel, der oft mit chronischen Entzündungen einhergeht und da ist ganz wichtig, also wenn hier Leute mit Autoimmunerkrankungen sitzen, das ist nicht bei allen so. Es gibt einen Anteil von Leuten, bei denen ist es eher auf der Katecholaminebene, das ist Adrenalin und Noradrenalin, die sind tendenziell extrem dünn und können halt egal, was sie machen, nicht wirklich an Gewicht zunehmen. Also die gibt es auch und die werden sich wahrscheinlich auch hinterher melden, bei mir ist das aber ja ganz anders. Bei denen ist es halt eher so ein karektischer Prozess, also wo der Körper dazu neigt, immer gleich alles wieder abzubauen. Beim größten Anteil geht es aber über die Cortisolachse, der ganze Stressprozess und Cortisol, das wissen fast alle von vielleicht bekannten Freunden oder aus Literatur. Cortisol macht Appetit auf Süßes, macht insgesamt eine sehr starke Appetitsteigerung und verschiebt das, was wir essen, zu einer ungünstigeren Nahrungsmittelzusammensetzung und führt dann auch wieder dazu, dass vieles noch schlechter wird. Selbst wenn man an sich sehr restriktiv isst, also wenn man zum Beispiel sagt, ich esse jetzt eine strenge Paleo Ernährung, wenn ich solche Leute bei mir sitzen habe und ich lasse die exakt aufschreiben, beziehungsweise reproduzieren, was die so essen, dann essen die zum Beispiel Unmengen Trockenobst, was halt auch im Prinzip nichts anderes ist als Süßigkeiten und halt auch einen wahnsinnig hohen Zuckeranteil hat. Das ist dann zwar Paleo, aber nichtsdestotrotz kann man mit Nüssen und Trockenobst locker auch auf 3, 4, 5.000 Kalorien am Tag kommen und dann entsteht eben dabei das, was dann dabei entsteht. Häufige Infektionen und Anfälligkeiten für andere Erkrankungen, also wenn sowieso die ganze Lage im Körper schon so ist, dann wird man schneller krank und man ist auch nicht so leistungsfähig. Also wenn man sich richtig stark anstrengt, das ist, was viele kennen, wenn der Körper sich bereits in einer chronischen Entzündungslage befindet, dann schwellen nach einer Anstrengung die Lymphknoten an und man fühlt sich latent grippig. Das hat was mit dem Cortisol zu tun und mit den Stresshormonen und das führt dann wieder dazu, dass man halt denkt, naja, Bewegung tut mir nicht gut und ich fühle mich danach noch schlechter als vorher, lasse ich das mal lieber. Es verändern sich ganz krass die Signalwege, also das ist hier von Sanyal et al., das ist eine Studie aus diesem Jahr, wo die die Signalwege untersucht haben an den Fettzellen und geguckt haben, was geht da in welche Richtung und festgestellt haben, dass diese Entzündungsfaktoren, was an den Signalen zwischen den Zellen verändert, dass der Körper eine viel höhere Bereitschaft hat, noch mehr Fettzellen zu produzieren. Und das ist auch was, was ich auch bemerkt habe in meinem Abnehmprozess, dass die ersten zehn Kilo die schwersten waren. Also das, was viele immer sagen, dass nachher die letzten fünf super schwer wären, das ist hier, also das ist im Kopf, weil man ist eigentlich schon ganz gut zufrieden mit sich. Das ist nicht im Körper. Also für mich waren letztlich, ich habe es halt dann ja quasi konsequent durchgezogen, waren die letzten sieben Kilo waren am einfachsten von allen anderen, weil ich mich schon in einer Lage befand, wo ich nicht mehr mit diesen ganzen anderen Sachen zu kämpfen hatte. Ja, erhöhter, also Fettgewebe, chronische Inflammation macht erhöhten oxidativen Stress und beeinträchtigt die Mitochondrien. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, da werden an diesem Wochenende mit Sicherheit noch sehr hochkarätige und gute Vorträge kommen, die sich im Wesentlichen mit den Mitochondrien beschäftigen. Ganz kurz kommt da nachher noch was zu, aber das ist heute nicht so mein Thema. Und eine große Wohnung braucht viel mehr Energie, um beheizt zu werden als eine kleine. Das heißt, egal an was wir brauchen und sei es eben Hormone, wir brauchen davon mehr. Das ist eigentlich logisch, ist vielen aber trotzdem nicht so klar. War für mich, ich habe im Laufe dieses ganzen Prozesses meine Hormone abgesetzt, weil ich das einfach nicht mehr wollte und bin in diesem Abnehmenprozess mit einem hochgradig pathologischen, also mit einem viel zu hohen TSH gestartet und mit einer sehr schlechten Schilddrüsenfunktion und aktuell sind meine Werte völlig normal, um nicht zu sagen hervorragend, was halt auch damit zu tun hat, dass ich einfach 30 Kilo weniger zu versorgen habe und dass mein Körper damit deutlich besser klarkommt und meine geschädigte Schilddrüse das jetzt aktuell sehr gut schaffen kann. Ob das dauerhaft funktioniert, das muss man immer gucken. Das ist ein anderes Thema und es funktioniert auch bei Weitem nicht für jeden. Also ich will hier jetzt nicht versprechen, dass alle Leute in Remission kommen können. Das ist nicht so, definitiv nicht, aber ein Teil kann es und ein Normalgewicht hat ganz, ganz viel meiner Meinung nach damit zu tun.